So Leute, da sind wir wieder bei VEGASYLF und ich stelle mir mal kurzerhand meinen Timer, weil ich ja nicht so toll bin und das kann. Ja, und wir sind sowieso im Ladevorgang. Ja, da bringt es ja keine Norm. Oh, Kampfenergie. Was ist Kampfenergie? Keine Ahnung, das freu ich mich schon seitdem wir das angefangen haben zu spielen. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es heißt. Heißt nämlich nicht nach Kampfleiß, es heißt physischer Kampfanzeige. Das ist natürlich viel besser und viel kürzer. Und liegt viel leichter im Mund. Oh ja. Okay, bei Super Mario World hießen die Pilze bei uns früher auch größer rum. Wo? Wo hast du mich hergebracht? Ich bin doch nicht schwindelfrei. Ist wie beim Glöckner von Notre Dame. Glöckner sind Quasimodo und Esmeralda. Die passen. Ja. Wenn die jetzt den ganzen Krach für uns machen und die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenken, können wir hier ganz schön langlaufen. Und zack. Und rein da. Ja, du hättest es nicht brechen können. Ich hättest es zumindest umknicken können. Ich hab meinen Nagel abgebrochen. Ich glaub das ist deine übringste Sorge. Ja. Küssen! Ha! Da war ein Schlag. Auf einen Tritt. Auf einen Tritt. Willst du noch Pistole? Nein, nehme ich. Hallo Pistole, komm mit! Kommst du uns mit! Ich bin ein... Agent? Ja? Bist du? Ja. Ah. Das ist so mysteriös. Das mach ich mal auf. Ein Wappen des Immens klar. Tyler! Nee. Wär ich doch erst zuerst da durchgegangen. Nicht fair. Oh, Zombies. Au! Äh, hallo? Geh mal weg! Danke. Böse Zombie! Machsitz! Ich dachte, machsitz! Alter! Hallo? Was hättest du dich eigentlich? Ah! Oh, hi. Hi. Ich hasse diesen Teil. Wie du. Ich bin nochmal weg. Ich auch. Moment, da bin ich hier. Immer bist du vor mir da. Oh mein Gott, eine Tür! Wie ist die denn auch umsetzt? Was ist die Pongen? Alter, wer hat den Mechanismus entwickelt? Keine Ahnung. Das ist ja immer das allerletzte. Alter, der Typ, der immer noch Geld haben. Na ja. Gibt's denn noch irgendwas schönes? Hey, hier bin ich mit Leon langgelaufen. Ich erinnere mich. Okay, hier nicht direkt hier. Der Baum war zumindest noch nicht da. Nein, hier ist nichts mehr. Ja, hier waren noch die ganzen Kreischer und so. Ja. Grausige Erinnerung. Schnell! Weg hier. Da. Sorry. Bin wir nicht so weit gelandet. Danke. Man soll ja immer das Positive sehen. Was ist mein positiver Aspekt? Du bist da. Und auch nicht. Für mich bist du da. Ich weiß nicht, wie die anderen da sehen. Ich dachte, treten löst mein Problem. Von neben Nick. Hm. Das könnte so sein. Danke, lieber Agent. Bitteschön. Du konntest mal was machen. Ich bin stolz auf dich. Na ja, wenn du in deiner Video-Time festgefreezed bist. Ein Bärensteinschlüssel, der ist bestimmt wertvoll. Das wird schon ein Aerodactyl drin. Ich weiß es. Wir müssen nur zur Zenova-Insel bringen. Sofern wir jetzt zur Zenova-Insel bringen. So. Ach, hier sind wir. Du Arsch. Kommt davon, wenn man meine Kisten kaputt weg macht. So. So. Ich muss mal kurz gucken. Du musst, glaube ich, weiter da hin, ne? Ja. Noch ein bisschen. Reicht das? Ja. Reicht das? Das ist genau da drunter. Äh, drüber. Sehr schön. Ich weiß noch, wie wir beim... Äh, lass mich durch! Entschuldigung. Ach, nee, ähm... Ach, dranschießen wir, ne? Ja. Das darfst du machen. Äh, ich darf auch noch was. Kiste? Kommst du nicht? Solltest wieder hochgefahren kommen. Aber nein. So. Weh, du. Einer macht jetzt die Klappe zu. Uh. Hi. Und da haben wir auch schon Teil weg. Kann ich da schieben? Nein, natürlich nicht. Äh... Was muss man jetzt hier schieben? Das musst du hier draufpacken. In hier, ne? Mit dem Stromkreis. Wie haben wir in Physik gelernt? Es muss immer ein Stromkreis sein, wenn man Elektrizität haben will. Ja. Steht das? Steht das nicht? Ich glaube, wenn, dann musst du noch ein bisschen. Oder du musst erst das in Schalter muss. Oder du musst hier jetzt was drücken. Ich weiß es nicht. Ich drücke doch mal. Ich kann hier nichts drücken. Ja, das... Wusste ich nicht mehr. Ich gucke einfach mal. Oh, hier ist der schön. Ah, hier. Den musst du noch zurückziehen. Der ist hier nicht richtig drauf. Ah. Okay. Ja, ja. Ach, ich musste erst mal sehen, dass ich das kann. Die Hüde. Hui. Es ist so aus, dass ich in den Strom schreibe jetzt. Ja, ja. Ich hab ja in diesem Teil noch nicht genug gekriegt. Ich muss noch ein Stück. Ach, noch ein Stückchen. Ich dachte, ich hätte ihn schon perfekt geschoben. Das sieht mir eh nichts aus. Dann doch, ja. So, jetzt ist der, der und gleich müsste er hier kommen. Hallo! Tippi! Aufstehen! Was? Ja. 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 So? Schieß ich halt. Ist voll unlogisch gewesen, weil er halt auf einer anderen Ort stand. Aber... Pffft. Wenn der Spiel das so haben will? Oh, ne? Wahrscheinlich auch in der letzten Ecke da auch, dass er damit verprügeln kann. Mhm. Wenn das Spiel auf gekokelten Leichen steht, dann soll man es nicht lassen. Was für eine schöne Wund. Sackgasse. Sackgasse? Könnte irgendwie nicht sein. Verarscht! Fehlt aus so'n riesen Witz, so'n riesen Schrift. Verarscht! Ich musste dich dagegen schießen, ne? Ja, aber erst musst du die Tür aufmachen. Kann ich die Tür nicht aufmachen. Dann musst du erst hier hin oder irgendwo hin. Nein, nicht irgendwo nicht hin. Es muss wohl, du... Keine Ahnung. Da war er gerade da! Weißt du noch, irgendwo musstest du noch irgendwas machen! Lösen sie die Rätsel! Ah, eine Truhe! Äh, wollte ich warten. Nachladen. Nachladen. Ich hab keine Pfeile mehr. Neh, ich eben die hier! Da musst du hier runterspringen. Ist er schon. Ah, ist wahr! Ich hätte ihn nicht in die Luft jagen sollen. Ah, jetzt hab ich wenigstens genug Pfeile für mich. Bestimmt sind hier auch noch welche drin. Kann ich mal wenigstens meinen Pfeilvorrat wieder auffüllen. Eine viel gefragte Waffe. Primitiv, aber effektiv. Hallo? Kiste? Beuge dich meinem Willen! Ah, so zuerst wieder. Hallo! Und sonst, wie geht's euch da drüben? Ich würde ja gern was tun, aber... Ja... Total schlad nach! Macht was! Hast ja sonst nicht viel zu tun mit deinem traurigen... Ich hab nur vier, fünf Waffen? Mein Gott, ist das erlärmlich! Du hast keine Spesselwaffe! Ja, wir wissen es doch! Ich warte auf mich! Ich muss bestimmt durch diese Tür, die ich noch nie übernehmen gegangen bin. Na, erstmal nachladen, wie ich das hasse! Ja... So, jetzt aber... Ne, der eine ist da mal ne... Ach, ja stimmt, man muss ja alle drei dran machen, ne? Ja... Na, ich bin doch ein Eselwesens, kann ich mir jetzt noch mehr Pfeile holen! Äh... Ausgang! Da! Ja... Ja... Immer schön gegen die Säule! Was machst du da? Keine Ahnung! Das ist ein bisschen langweilig! Mich irgendwie beschäftigen! Wieso ist das denn? 1... 2... Was? Ey, fall nicht hin du! Ich glaub, der klebt da fest! So! Jetzt aber! Jetzt oder nie! Die sind auch noch Pfeile! Was? Ich spiel gerade den Henker. Ist da auch noch was da? Tatsächlich. Ich hab auch noch Pfeile. Pfeile! Ey! Sturz ab! Gib dir mehr auf Pfeile? Pfeile! Toll, ich verballer hier alles und du profitierst davon. Noch mehr Pfeile! Jetzt hab ich schon 14! Gibst du mir auch Pfeile? Was ist denn so ein Drahteskärchen? Die sind alle sofort verschwindabel! Find ich nicht. So, mehr gibt's nicht. Wir hätten sowieso hier gemusst. Danke, lieber Agent! Bitteschön! Jetzt sind wir hier! Am Ort des Geschehens! Guck mal, dafür kann ich uns diesen schönen Fußwegarsch mal atmen! Was ist das denn für ein Großwegarschatten? Das ist hier vom... Vom Ding. Vom Ding, genau. Nenn es einfach Ding! Gut! Heil Ding! Nochmal! Weil es so schön war! Äh... Mh... Ich wär lieber draus gepiehen! Ich auch! Gibt's ja gar nichts! Na ja, wir gehen nach unten! Jaaa! Ui, bist du hübsch! Toll unuffällig! Äh... Mir fällt wieder ein, warum mir der Part keinen Spaß machte! Ja, ich finde dieser Part ist irgendwie so... Unnütz! Jaaa! Jaaa! Eine längere Zone! Klasse! Die Mumie mal! Jaaa! Er hat ein goldenes Zähnchen! Der ist besp... Uah! Zu nah! Zu nah! Ein bisschen Abstand bitte! Hast du dir gehört? Abstand! Hallo? Was hast du? Bitte! Nicht! Mit Abstand verstanden! Uah! Das ist eh doch für dich! Und für dich! Aua! Geh weg! Ach, meine... Nein, ich hab das hier! Dann muss das eben... So gehen! Ja! Äh... Raus zu kriegen! Ja! Puh! Explosiv! Na schön, dass du schon mal weitergemacht hast! Jaaa! Wo immer du bist! Hast du schon weiter gelascht? Ich weinst so! Bin ich hier?! Ja! Pass auf hinter dir! Aua! Danke! Gern geschehen. Nimm das! Ja, es geht doch nichts über ein schönes Feuer! Ja, ein Kreischer! Den bin ich zum Schreien! Hast du ihn? Ja. Ich schreit nur einmal und dann... Ist aber echt. Danke! Gern geschehen. Ich bitte kurz mein Set wechseln. Mach das! Möchten wir cutten? Äh... Wir sind hier zwar gleich bei 16. Ja, ich meine, das... Von mir aus können wir... Gut, dann beenden wir den Part an dieser Stelle und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn wir diese furchtbaren Katakomben weiter erforschen. Also bis zum nächsten Mal, liebe Leute!